Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich wollte euch nur kurz updaten, was bei mir im Moment los ist und weshalb keine neuen Videos jetzt erstmal kommen. Und zwar habe ich ja Anfang September-Ende August mein Studium in Holland angefangen und es ist einfach viel zu viel Arbeit. Diejenigen von euch, die vielleicht selber YouTube-Videos machen, die wissen wahrscheinlich, wie viel Arbeit damit verbunden ist, die hochzuladen. Und ich möchte ja nicht nur einfach so irgendwas hochladen, sondern ich möchte euch ja auch einen Mehrwert bieten. Und deswegen habe ich jetzt erstmal, vermutlich bis Ende Dezember, keine Zeit, Videos zu schneiden und dann hochzuladen. Es tut mir sehr leid, aber das funktioniert einfach nicht. Ab Januar, so ist aktuell der Plan, werden dann wieder neue Videos kommen. Ich habe auch schon welche aufgenommen. Das heißt, wundert euch nicht, wenn es im Januar kalt ist und das Motorrad die Temperatur dann immer noch irgendwie 20 Grad oder so anzeigt. Das sind Videos, die sind schon im Kasten. Die habe ich halt nur noch nicht hochgeladen. Ich habe auch vor, wenn ich jetzt einmal nach Holland fahre mit dem Motorrad, euch da mitzunehmen mit der Kamera. Das wird aber dann halt wahrscheinlich auch erst im neuen Jahr kommen. Und auch sonst sind im neuen Jahr einige Projekte geplant. Da möchte ich jetzt aber nicht zu viel vorwegnehmen. Wenn ihr euch irgendwas Bestimmtes fürs neue Jahr wünscht an Videos, dann lasst gerne unten einen Kommentar da. Im Hinblick auf die Flugvideos, da wird jetzt im Moment auch nichts Neues kommen. Und wenn ich dann irgendwann die Flugvideos da neu hochlade, dann werde ich wahrscheinlich auch einen neuen Kanal dafür aufmachen. Wenn euch das dann interessiert, ich werde das auf Instagram dann auch verkünden. Dann könnt ihr da gerne auch den Kanal abonnieren. Da würde ich mich schon mal sehr freuen. Und ansonsten, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Ich hoffe, wir sehen uns dann im Januar wieder. Und wünsche euch bis dahin eine super tolle Zeit. Wenn ihr mit dem Motorrad fahrt, dann fahrt immer schön vorsichtig. Wird ja jetzt immer kälter. Und ansonsten sehen wir uns dann im neuen Jahr. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.